Drachenauge, bitte was? Ein Drachenauge, versengender Stab, der ist auch ein bisschen besser. Okay, also wir haben scheinbar neue Chakrams namens Drachenauge, muss ich gerade mal gucken. Waffen primär versengender, ich muss ihn nicht denken lernen. Da ist auf jeden Fall der versengende Stab besser, als der, auch wenn der besser aussieht. Der macht Eis- und Feuerschaden, bitte was? Das will ich sehen. Die Drachenaugen sind viel schlechter, aber hier ist Durchbohrungsschaden dabei. Aber ich zeig dir mal gerade, guck mal wie die aussieht, wie die aussehen. Und so sehen unsere jetzigen aus, das heißt, ich werde die hier nehmen einfach nur aus Fabulösität. Und, warte, jetzt hab ich gerade meine Waffe gewechselt, ich wollte doch den da mal angucken, wie der funktioniert. Lass mich den mal bitte... Nein. Das soll Feuer- und Eisschaden machen. Hm, okay. Ich werde es ausprobieren, keine Angst. Jetzt muss ich aber ab und zu darauf achten, wie unsere Helf-Anzeige so ist, weil wir regenerieren uns nicht mehr. Leider. Vielleicht kriegen wir später wieder eine Robe, die das macht. Aber ich wollte jetzt einfach mal eine neue Robe, vor allem die hat ja der doppelt so viele Rüstung. Jetzt kriegen wir deutlich weniger aufs Maul, aber wir kriegen auch deutlich weniger Helf zurück. Und ich weiß nicht ganz, ob das hilft jetzt. Mal aufbrechen. Und außerordentliche Stiefel sind wahrscheinlich Dieb. Ich habe gerade schon wieder eine Errungenschaftskrieg rein und raus. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ähm, aufbrechen. Fjahr... Fjahrl. Fjahrl. Nehme ich mal mit, einfach nur, weil es ja Legendary ist. Mal sagen, hier so schön ist dieser das Atem- und Seeflachs oder Seelachs oder was auch immer. Und jetzt gehen wir hier zu Sally. Da hinten ist Sally. Sally mit Stacheln. Hallo Sally. Prismäer. Ist das Prismäer, Sally? Ich kann Sally nicht einfrieren, stimmt ja. Au, wir kriegen aber ordentlich aus dem Maul. Also wir dürfen uns hier nicht treffen lassen. Das steht schon mal fest. Erbärmlich, du hast gerade aus dem Maul gekriegt und jetzt ist es dann erbärmlich. Okay. Ähm, fünf. Ich dachte gerade, er ist jetzt instant kaputt, zerflogen. Hätte ich mal wieder rumgeraget, dir. Ich nehme mal einen Heildrang. Bevor wir hier sterben, nehme ich einen Heildrang. Wir haben noch einen. Au. Ich bin sehr gut vorbereitet, wie man sieht. Ein Heildrang ist einfach... Oh, das ist schon Wahnsinn. Wir haben ihn halbtot. Oh nein. Aua. Ja, voll aus dem Maul kriegen. Dem kann ich ausweichen. Nee, ich treff's so nicht. Wo sind eigentlich unsere Hälfte schon wieder hin? So, jetzt hab ich keinen Heildrang mehr. Jetzt heißt es aber... Au. Jetzt wird hier mal... Ich hab' ausgewischen. Du willst nicht verarschen. Nein, 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 nein. Nein. Ich bin ausgewischen. Komm, fick dich doch, ey. Ich bin ausgewischen. Mie, 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 mie. Mann. Scheiß. Merken? Nicht mit dem Stab dran. Ich brauche eine Fernkampfwaffe für den. Waffen, Sekundär, Drachenauge. Kann ich gleich mal einsetzen, gleich mal zeigen, wie gut das aussieht. Aufbrechen. Außerordentliche Stiefel, Heiltrank werde ich auf jeden Fall brauchen. Aufbrechen, Fjarril mitnehmen. Also die Truhen sind scheinbar nicht random, mit Zeug zugesetzt, sondern das hat scheinbar alles seinen Sinn. So, dann zeig dir mal, was du so kannst, Großer. Also die, die, die Dinger auf dem Rücken, die sind scheinbar prismäern und wir sind jetzt ein Antignage. Boah, damit es an der Scheißrück kommt. Au! Warum fliegen die Dinger nicht zu uns zurück? Nein! Wer mal auf unsere HP geachtet hat, wir hatten gerade noch sehr viel. Warum schleudert ihn das nicht zurück? Ich habe, glaube ich, keinen Heiltrank mehr. So ganz sicher bin ich mir gerade gar nicht mehr. Ich wollte nämlich erst sagen, wir sind eigentlich besser unterwegs als letztes Mal, aber das sieht nicht wirklich so aus. Alter, stimmt, die Rückhand. Wir haben noch einen Heiltrank. Okay. Na, die Scheißrückhand. Ich hätte noch einen Abrechnungsmodus, den ich machen könnte. Ach, komm, ich besiegt die jetzt ohne Abrechnungsmodus. Den. Das da. Und wenn wir jetzt nochmal failen, dann mache ich es mit Abrechnungsmodus, weil dann bräuchten wir, glaube ich, gar keinen Heiltrank. Au! Ja, spring doch genau vor seine Augen! Mann! Gut. Nein! Ich nehme jetzt keinen Heiltrank. Du stirbst jetzt. Stirb! Ah, gerade so. Hä? Nein, ich gehe erst, Bluten. 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 Vielen Dank für Ihr Verständnis. Azurid-Kait-Schild. Ja, fast so gut wie unser jetziges. Also Plunder, Goldmünze, da-da und Plunder. Nein, ich will nicht mit dir reden. Nein, ich will nicht mit dir reden. Okay. Hallo. Nicht schlecht. Wie ich sehe, habt ihr nicht vergessen, wie man kämpft. Aber es sieht dennoch übel aus. Ich hätte nicht gedacht, dass die Toater so weit kommen würden. Zumindest nicht so bald. Gnarsch hatte nie eine Chance. Ganz im Gegenteil. Bevor ihr aufgetaucht seid, war sie dazu Bestimmtheit, Dalentar zu verwüsten. Zumindest, wenn man Nuralim glaubt. Na los, redet mit dem Baum. Ich bin mir sicher, ihr lasst euch jetzt nach Usa ein. Ich erledige alle Toater, die sich noch in dieser Höhle verstecken. Also dürfen wir jetzt nach Usa zu Nuralim zurückkehren. Hier lang geht's weiter. Ich wechsle mal gerade wieder auf das Schwert und auf den Stab. Den da. Boah, war der Kampf gerade ätzend. Das ist, boah. Schon schlimm. Aber entschuldigen, dass ich jetzt rumgeraged hab. So ab und zu werde ich mal nicht, ne. Weil das gehört einfach dazu. So spiele ich halt. Und wenn etwas scheiße ist oder scheiße läuft. Ganz egal, ob ich da schuld dran bin oder nicht. Dann wird halt mal rumgeraged. Und bitte schaut euch mal an, wie geil unser Outfit aussieht. Einfach der Magierteil ist weiß-rot. Und der Rüstungsteil ist gelb. Und es ist blau und gelb. Bis auf die Füße halt. Ich finde das sieht einfach so geil aus. Dieser Kontrast zwischen Magie und Kampf spiegelt sich in unserer Rüstung wieder. Ja, da spricht der Designer wieder aus. Ähm, auf M. Und mal hierzu Nüralim. Ja, wir folgen jetzt ganz straight die Hauptquest, weil ich möchte in den nächsten Bereich. Wir spielen jetzt auch schon fast 60 Folgen. Ich glaub, das hier ist die 60... Da kann ich ja sehr viel glauben. Wir sind hier irgendwo im Bereich von 60. Wir sind schon über 60, genau. Entschuldigung. Schon über 60. Man müsste sich halt mal dran erinnern, was man so für Thumbnails macht und was man da für eine Nummer draufschreibt. Ach ja. Aber hey, über 60 Folgen Amalur. Und immer noch im ersten Bereich. Aber mittlerweile eine ordentliche Rüstung, ein ordentliches Set an Skills. Ein ordentliches Schicksal. Naja, die Rüstung ist fast ordentlich. Wir bräuchten noch andere Schuhe. Und zwar... Anthrazit war das, gell? Weiß ich gar nicht. Die komischen blau-gelben Schuhe. Man müsste sie halt irgendwo mal finden. Hallöchen, Auge! Ich will nach Isar. Das weißt du bestimmt schon, gell? Kann ich hier eigentlich rein? Nein, schade. Hallo? Ihr seid zurück und hinterlasst ein blühendes Dalentat. Der Fluss wurde umgeleitet. Jetzt und für alle Zeiten. Gnarschs Brot wurde bezwungen. Ihr habt zerstört, was geschrieben war. Und allen Tat ein neues Schicksal beschert. Selbst eure düstersten Verbündeten beschreiten einen helleren Pfad. Und doch breiten sich die Tuatha noch immer aus. Und bringen den Prismär und Leid mit sich. Ihr habt unseren Untergang lediglich hinausgezögert. Ähm, 53% Chance. Könnt ihr mir helfen? Ich frage ihn mal, vielleicht mal ein Glück. Ihr besitzt die Macht einer Unstärklichen. Und gleichzeitig die Bescheidenheit um Hilfe zu bitten? Ich beneide euch um euren Anstand, Kind. Mein Segen soll euch begleiten. Wisst eines, Schnelllebige. Die Zeiten ändern sich. Unsterbliche scheiden dahin. Und die Zukunft gehört den jungen Völkern. So ist denn eine Zukunft eben. Geht und sucht das Herz des Sieger auf. Dort werdet ihr Üser finden. Und vielleicht auch Weisheit. Herz des Sieger. Nur all dem Segen ist scheinbar ein Amulett. Ich guck mal gleich mal. Nicht Quest, man. Ach, Mann. Ähm, Accessorys. Neuralim-Segen. Plus 10% Elementresistenz. Und hier haben wir plus 10% Schaden. Ähm. Pff. Ja. Eigentlich egal. Relativ. Im Siede meditieren. Kriegen wir bestimmt hin. Kann ich hier... Ich müsste da hin schnell reisen. Ich geh mal nach Aduat. Weil ich laufe den Weg nicht. Das würde viel zu lang dauern. Da gucken wir uns lieber diesen wunderschönen Nadescreen an. Das Langschwert. Das ist eine viel... Ja. Der Nadescreen dauert einfach viel zu kurz. Und in Mordor dauert er viel zu lang. Also... Pff. Beides nicht perfekt. Außer sie hätten in Mordor so Tipps auf den Nadescreen geschrieben. Dann wäre es... Relativ brauchbar. Wer baut denn bitte eine Truhe so rum? Die ist ja wohl falsch rum platziert. Egal. Haben wir nicht gesehen. Hallo. Ja, komm. Wir haben jetzt den Segen von... Nü... Nüra... Nüro... Von dem Baum. Und der macht uns total OP. Weil wir haben jetzt 10%... Element... Elementresistenz. Ich müsste nur... Irgendwie dahinter. Ich setze mal hier mal den Kappus ein. Hallo. 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 Ah. Hallöchen. Boah, ich hab ne Egelholzporke bekommen. Ausnahmsweise mal. Wenn ich da nicht durchgehe. Bin ich dann richtig? Ne, ich muss auf den Weg. Oder ist der hier? Bösen los. Bestimmt die Maid von Windemeer. Eine Sommerfeier. Tja, ich hab's halt einfach drauf. Also gehen wir jetzt wirklich... Also gehen wir jetzt wirklich... Hier ist aber... Hier ist doch... Kein... Weg. Schauen wir doch da rein. Ich dachte wir müssen jetzt da hoch. Und laufen dann irgendwie auf dem Wasser da. Aber gut. Dann halt nicht. Machen sie es halt auf ihre Art episch. Und dann werde ich glaube ich genau hier den Katz setzen. Das wäre dann richtig fies. Weil ich bin nämlich so fies. Muhaha. Muhaha. Ja, das sieht nach Feinland aus. Das ist Feinstil. Ja, danke, dass du dir dieses Video komplett angeguckt hast. Hier oben rechts findest du den Link zum Special vom letzten Wochenende. Und oben links den Link zum derzeitigen anderen LP, was doch nie in diesem läuft. Vielleicht kannst du da ja auch mal vorbeischauen. Es würde mich sehr freuen. Danke.